Hallo Borkheide, hallo Welt, da bin ich wieder euer Lutze. Jetzt wird es langsam eng zum Jahresende. Es sind nur noch 15 Tage bis Weihnachten und jetzt starten überall die Weihnachtsfeiern. Überall ist was los. Das Glühwein fließt in Strömen und große Dinge bahnen sich an. Ja, zum Ersten natürlich, wie man in der Presse entnehmen konnte, wie man in der Presse entnehmen konnte, unsere Grundschule. Laut Pressemitteilung soll bis spätestens 2020 ein neues zweigeschossiges Schulgebäude für 6,64 Millionen Euro entstehen. Wenn der Schulneubau steht, soll die 23 Jahre alte Containerschule Platz machen für eine neue Turnhalle. Der Bau eines neuen Schulgebäudes für die Hans-Grade-Grundschule und eine Einfeld-Turnhalle wurde durch die Gemeindevertreter in Borkheide beschlossen. Wenn alles gut geht, können bis spätestens im Jahr 2020 Erstklässler im Neubau eingeschult werden. Ja, ich finde, das ist schon ein ziemlich sportliches Unterfangen. Zu begrüßen ist das aber allemal, wie der Kinderansturm in unserer alten Schule zeigt. Und auch die Sporthalle ist mehr als marode. Wir wünschen dem Unterfangen natürlich viel Glück, auch wenn bezüglich der geplanten Schnelligkeit leise Zweifel herrschen. Na, wir werden sehen, ob das so funktioniert. Es sind ja nicht mal zwei Jahre bis zum Einzug in die Grundschule, in die neue. Wir schauen mal, drücken auf jeden Fall die Daumen und bleiben dran. Dann gab es natürlich auch Neuigkeiten bei der Feuerwehr, bei der Freiwilligen Feuerwehr Borkheide. Denn Mike Wiede ist am Freitagabend zum Zugführer befördert worden. Während der Jahresversammlung der Feuerwehrleute aus dem Amtbrück gratulierten Amtswehrführer Uwe Paul, Amtsdirektor Marco Köhler und der Vorsitzende des Amtsausschusses Matthias Rüll zu der Qualifikation. Mike ist seit April auch stellvertretender Amtswehrführer und damit nicht genug, ist er mit Wirkung vom 7. Dezember auch noch Brandmeister und zudem Funkwart im Amtbrück. Ja, Langeweile dürfte bei ihm nicht aufkommen. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch auch von Borkheide News TV an dir, Mike. Wir wünschen dir viel Glück bei der Bewältigung deiner vielfältigen Aufgaben. Dann gibt es natürlich auch noch Neuigkeiten von der DLRG, denn auch die war wieder im Einsatz gewesen. Diesmal natürlich, was heißt natürlich, in Michendorf beim Nikolauslauf, wie man hier bei den Bildern sehen kann. Die Ortsgruppe Borkheide war vertreten mit Hannes Franziska und Enrico, die dort die Veranstaltung mit abgesichert haben. So, kommen wir zu den vielen Weihnachtsmärkten. Als erstes geht es am Freitag los und zwar am 14.12. Ach, am Freitag sage ich natürlich Quatsch. Am Samstag am 14.12. ab 15 Uhr in Borkheide im Waldbad. Borkheide, der beliebte Weihnachtsmarkt im Waldbad. Mit den Waldtrommlern der Weihnachtsaufführung, mit den Grundschülern der Hans-Grade-Grundschule Borkheide, dem Bläserchor treuen Brizenborkheide, Seniorentanzgruppe, mit der Lime-Dance-Gruppe Crazy Borkies und natürlich mit den beliebten Fireflies. Ganz zum Schluss dann noch mit gemeinsam Weihnachtslied singen, was bei dem paar Glühwein, die man sich bis dahin eingeholfen hat, doch richtig gut klappen sollte. Ja, das natürlich am Samstag und wer da noch nicht genug hat, kann gleich danach am Sonntag noch zum Weihnachtsmarkt nach Altborg rüber huschen, wie mir mitgeteilt wurde. Findet nämlich am 15.12. ab 14.30 Uhr der Weihnachtsmarkt in Altborg statt und zwar mit dem Weihnachtssingen um 14.30 Uhr mit dem Weihnachtssingen in der Kirche. Es gibt offene Höfe, wieder mit Bratwurst, Glühwein, Kaffeekuchen und so manch andere weihnachtlichen Dinge und vielleicht schleicht da ja auch der Weihnachtsmann. So, kommen wir jetzt noch zum Sport. Wie immer war unsere Fußballmannschaft mal wieder unterwegs, diesmal allerdings zum letzten Spiel in der Hinrunde der Meisterschaftsspiele und da waren sie zu Gast beim SV Kloster Lenin 2. Und was sich dort abgespielt hat, seht ihr hier. So, Hartmut, es hat mich gefreut. Ich war jetzt beim letzten Spiel in dieser Hinrunde, in der Hinrunde dieser Saison, der ersten Saison von BSV 90 dabei gewesen. Die Mannschaft ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. 3-1 Yvonne. Dein Fazit zur ersten Saison und zu diesem Spiel bitte. Ja, als Saisonfazit erstmal der Halbserie. Nach einem noch etwas holprigen Start, der aber nicht überraschend gewesen ist. Das ist normal, wenn man eine Mannschaft komplett neu wieder ins Leben ruft. Da sind einige Spieler bei gewesen, die über Jahre nichts mehr gemacht haben, also sprich kein Fußball weitergespielt haben. Das ist schon erstaunlich, wie wir uns denn zusammengefunden haben. Ein Lob an die gesamte Mannschaft. Auch an die Spieler, die heute nicht bei waren. Auch an die Spieler, die uns unterstützt haben aus der Freizeitmannschaft, möchte ich hier ausdrücklich nochmal betonen. Auf der Hilfe wir auch angewiesen sind, auch für die Zukunft noch in der Saison, also auch in der Rückrunde sicherlich, müssen wir schauen, was passiert. Ja, nach einem holprigen Start haben wir uns dann gefestigt, sind immer besser in die Liga reingekommen, auch als Mannschaft immer weiter stabilisiert. Auch wenn wir unterschiedlichste Aufstellungen manchmal spielen mussten, hat die Mannschaft gezeigt, dass sie es kann und dass sie gewillt ist. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und da habe ich als Trainer gar nicht so sehr viel... Ich habe versucht, als Trainer den Jungs das Vertrauen zu geben, das Selbstvertrauen zu geben und bestimmte taktische Linien vorzugeben. Als Rüstzeug umsetzen mussten sie es und ich bin der Meinung, sie haben es über weite Strecken der Saison sehr gut gemacht. Ja, war wirklich schön gewesen. Wir haben ja mittlerweile hier eine gute Fan-Stammmannschaft gekriegt, die hier sogar zahlreich vertreten waren, auf Vormittag, Sonntag, Vormittag. War schon cool gewesen. Und ja gut, wir haben heute das erste Tor gegnerische Tor kassiert, ganz schnell. Aber die Jungs haben das ausgebügelt, schnell und sind schnell in Führung gegangen und haben überlegen 3 zu 1 hektisch gewonnen. Ja, sicherlich. Mit unseren Chancen sind wir bloß ein bisschen fahrig umgegangen wieder. Wir haben in der zweiten Halbzeit wieder zu oft versucht, durch die Mitte zu spielen, obwohl wir es in der Pause nochmal angesprochen haben. Dass wir über die Außen stabil bleiben müssen, weil da bringen wir unsere Gefahrenpunkte. So ist auch das 2 zu 1 für uns gefallen. Eine schöne Aktion über die Außen und mit einer guten Hereingabe, letztendlich mit dem Kopfball. Das haben wir in der zweiten Halbzeit zu wenig gemacht. Da sind wir wieder in alte Schemen zurück, dass wir durch die Mitte, und da standen wir uns manchmal selber auf den Füßen, gerade in den letzten 5, 6, 7 Minuten noch in diesem Spiel. Tim hat jedenfalls seine fliegerischen Fähigkeiten wieder bewiesen und es war cool gewesen. Herzlichen Dank für die erste Saison und für die erste Hinrunde und wir werden sehen, wir müssen natürlich in der zweiten, also in den Rückrundenspiel mehr außerhalb spielen. Naja, so viel mehr wird das nicht sein. Man hat das Gefühl gehabt, ich habe so oft auf dem Platz. Ja, 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 aber es sind ja auch Spiele, es kommt vor, dass wir mal zwei Auswärtsspiele hintereinander haben, aber ich habe mal geguckt im Rahmenplan, ich habe auch gedacht. Okay, gut, herzlichen Glückwunsch. Danke. Wir sehen uns weiter. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Windgeräusche bitten wir natürlich ein bisschen zu entschuldigen. Jedenfalls Glückwunsch den Jungs vom BSV 90 zum gefestigten zweiten Tabellenplatz über die Winterpause und natürlich auch Danke an die Trainer, die eine so starke Aufbauleistung bei einer jungen Mannschaft vollbracht haben. Und natürlich den Fans, auch wenn die nicht immer dabei sein können. Nun geht es erstmal in die verdiente Winterpause mit ein paar kleinen Hallenspielen, so wie ich gehört habe. Aber wie gesagt, weiter geht es erst am 24.02. gegen Linte. So, dann kommen wir noch zum Wetter. Matze, was sagst du dazu? Hallo Lutze, hallo Burgheide, hallo Welt. Kommen wir zum Wetter. Es ist die Woche vor dem Weihnachtsmarkt im Waldbad Burgheide. Das heißt, was interessiert uns die Woche? Natürlich das Wetter für den Samstag. Und wenn alles so bleibt, wie es im Moment prognostiziert ist, haben wir Sonntag drei bis vier Stunden Sonnenschein. Wir haben null bis drei Grad. Wir haben keinen Niederschlag. Das wäre das Optimum. Mal gucken, ob es sich in der Woche dann auch entsprechend Dienstag und Mittwoch wie geplant ausregen wird. Wir haben erstmal mit jedem Tag ein Grad kälter zu tun. Das wird also Richtung Wochenende, passt sich das dann an auf die null bis drei Grad. Und Dienstag und Mittwoch sind noch Niederschläge hier möglich. Das soll sich mal noch schön ausregnen vorher. Dann haben wir nämlich bestes Wetter zum Weihnachtsmarkt. Ich bin ein bisschen in Eile heute, weil ich muss noch zur Probe der Fireflies. Die werde ich noch ein bisschen unterstützen mit ein bisschen Beleuchtung zum Wochenende. Und dann kommen die Leinendenzer heute noch zur Probe. Und Freitag ist auch noch Schulprobe. Das heißt, die Woche ist etwas knapp geraten. Aber wir schaffen das und Ausgebot wird sich am Monatsende. Soweit von hier. Tschüss. Tja, wie ihr gesehen habt, Matze lässt es schon mal knallen. Er greift da ziemlich weit vor. Aber das ist nun doch noch etwas hin. Denn vorher muss der Weihnachtsmann nochmal ordentlich ran und Geschenke bringen. Jo, das soll es nun erstmal gewesen sein. Ich denke, wir sehen uns in Massen wieder zum Weihnachtsmarkt im Waldbad Borkheide. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wie immer hier vor der Kamera. Euer Lutze. Und tschüss. 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 Vielen Dank.